Heute für euch im Test die Zink Z2 Raketen, Schüttraketen. Zehn Stück sind enthalten in der Schachtel. Wir sind aber leider gerade aus der Schachtel geflogen. Deswegen habe ich sie schon in der Hand. Sie sehen aber wirklich schön aus. Es ist wirklich relativ auch ein bisschen älteres Design, wie ich finde. Also hat ein schön schlichtes Design, gefällt mir sehr gut. Ja, preislich stiegen sie zwischen 30 und 35 Euro, also 3 bis 3,50 Euro pro Rakete. Und da schauen wir mal, was die Dinger so drauf haben. Wir machen von jeder Sorte eine, weil die anderen will ich mal aufheben. schlau! Gut. Das war's für heute. Traumhaft die Dinger, ich liebe ja Schütt-Raketen, es ist nicht jeder Mann seine Sache, aber ich liebe die Dinger einfach. Ich werde mir die auf jeden Fall wiederholen. Ich hätte mir die fünf Stücke erstmal gut auf. Vielleicht mache ich mal eine schöne Vorfreude-Mischung damit, bleiben wir mal schauen, lassen wir uns mal überraschen und damit hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss!